Musik Es waren große Kriegskoggen, die sich ungereilen. Musik Wieso lässt Allah zu, dass uns dieses Unheil widerfährt? Wir sind nur spärlich bewaffnet. Die Flotte des Sultans weit weg. Ich flehe euch an. Steht uns bei in dieser Stunde der Not. Setzt euch! Ihr müsst völlig erschöpft sein. Du hast doch eine kleine Wegzehrung und aufgängst! Sieg nur die vielen Flüchtlinge. Sie alle suchen an meinem Hafenschutz. Und die Glut der Sonne brennt sich in ihrer Haut. Bei Allah! Helft mir, dass sie wenigstens etwas Kleidung erhalten. Musik In eurer Stadt scheint es niemanden zu geben, der Lederschleidung herzustellen vermag. Musik Nehmt euch ein Herz und lasst uns in eure Stadt. Als wäre unser Los nicht schon schwer genug. Musik Sie haben die Insel eines Mitspielers entdeckt. Die Leute suchen meinen Schutz. Ich weiß nicht, wie viel ich noch auflegen kann. Musik 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 Die Patrizier, ich habe außergewöhnliche Waren für auch die Patrizier, scheinen sich für die Verarbeitung von Leder zu interessieren. Sehr schön. Mein Volk fliegt vor den Angriffen der blonden Ehrführerin. Sie können sich nicht zur Wehr setzen. Zum Angriff, meine Getäusche, zum Rückzug. Werdet ihr diese Seite bedankt. Mit Allahs Segen werdet ihr hoffentlich meinen Hafen sicher erreichen. Das sind also alle Dattelpflücker, die ihr retten konnten. Ich danke euch von Herzen. Wer weiß, was ihnen ohne eure Hilfe zugestoßen wäre. Da, wo ist die Beobachtung? Ich frage mich und taue mich. Dazu겼strohisch. Könige Elmöchmus. Ich frage mich. Ich frage mich. Ich frage mich. War der Aufstieg zum Kloster auch nicht zu beschwerlich? Ich packe noch die Waren auf... Ich bin ja auch nicht zu beschweren. Die Patrizier scheinen sich fähig. Möge der Hand. Ja. Seht ihr, das hat sich jemand erfunden, der in der Lage ist, dass die Patrizier in der Lage ist, um Lederbämser herzustellen. Hamdallah! Spachtgel! Kannst du leicht äußern? In iPhones aus 1.0을 anrufen & 가자 laskegel mit dem 2-6.59mm. Sohn 3. 1940mm. Sohn 4.19mm. Sohn 5.20mm. Sohn 5.21mm. Sohn 5.20mm. 5.21mm. Diese Menschen sind nur knapp mit dem Leben davon gekommen. Bei Allah, wir müssen dieses Unrecht stoppen. Sie haben eine neue Insel entdeckt. Es war sehr vorausschauend von euch, diese Linde zu errichten. Aus der Sohle könnt ihr erstklassiges Salz herstellen. Ah, ich verstehe. Höhle versorgt die Salinen mit Kohle. Mein Volk würde vermutlich ziehen. Ihr habt einen Gerber. Es ist genug. Das wurde alles. Leute suchen meinen Schutz. Ich weiß nicht, wie viel ich noch aufnehmen kann. Ich weiß nicht, wie viel ich noch aufnehmen kann. Ich weiß nicht, wie viel ich noch aufnehmen kann. Was bringt ihr da? Euer Handel. Warum überlässt Allah das geschehen? Salz ist wichtig zum Gärten. Habt ihr schon genügend Allah sei gepriesen? Seit ich hier bin, geht mir die Arbeit viel leichter von der Hand. Ich weiß nicht, wie viel ich noch aufnehmen kann. Ich weiß nicht, wie viel wir nicht mehr geht. Aber ich weiß nicht, wie viel ich noch aufnehmen kann. diese schiffe war der aufstieg zum kloster auch nicht zu beschwerlich in der kiste befindet sich das locken im al-haqim Vielleicht solltet ihr eines eureschen. Das Laufbuch eines Korsets. Im besten Blick würde ich sagen, es handelt sich um einen alten... Mein Name ist... Lasst uns gemeinsam die Schriftrollen vom Staub befreien. 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 Das sind diese Lederbämser für alle. Ihr seid hier immer gut. Handeln, genau so. Seid ihr an den... Ah, hier. Oh. Hervorragend. Meine Frau meint, ihr macht eure Sache ganz gut. Mein Volk fliegt vor den Angriffen der blonden Heerführerin. Sie können sich nicht zur Wehr setzen. Madame d'Artois' Schiff. Nehmt diese Insel als Geschenk für eure Hilfe. Bestimmt finden sich einige Nomaden, die euch bei der Produktion von Milch und Datten unterstützen. Ein Bazar und ein paar Hütten würden ihnen schon genügen. Nun, ich bin ein Wetter im Stern. Werbung für Profi. Ich bin ein Wetter. Die Nahrungsmittel gehen zur Nahrung. 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 war der aufstieg zum kloster auch nicht zu beschwerlich es Die Schütze der Hand Gottes ruht auf meiner Flotte. Ich bringe euch eure Lieferung. Das Wachstum ihrer Ansiedlung ist nicht aufzuhalten. Ich habe außergewöhnlich schön. Das Wachstum ihrer Ansiedlung ist nicht aufzuhalten. Ich bereue nicht, das nomaden Leben aufgegeben zu haben. Die Leute suchen meinen Schutz. Ich weiß nicht, wie viel ich noch auflegen kann. Die Leute suchen meinen Schutz. Ich weiß nicht, wie viel ich noch auflegen kann. Ich weiß nicht, wie viel ich noch auflegen kann. Das war's für heute. Ihr bringt Datteln und Mädchen schon klar. Das Lockbuch ist tatsächlich in einem kaum bekannten BWI. Gibt es jemanden in eurer Stadt? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nicht mehr lang und ich kann mir diesen Acker kaufen, anstatt ihn nur zu pachten. Ihr bringt ein Zeichen eurer fortwährenden Bemühungen, sollen mit diesem Titel belohnt werden. Die Saat ist ausgebracht. Gelobt sei Allah! Oho, was sehe ich? Die Herstellung von Papier ist in vollem Gange und irgendwo steht auch bald bereit. Grossa! Hervorragend! Diese Menschen sind nur knapp mit dem Leben davon gekommen. Diese Menschen sind nur knapp mit dem Leben davon gekommen. Bei Allah, wir müssen dieses Unrecht stoppen! In Gottes Namen, lasst ihn drauf! Wenn du dich vriter, was solltest du, haben sie viele Infos. Der Koffer hat sich in der Wahrung, die climbed über den Teich. Das ist der Koffer! Wie Flying? Daher ist es einfach, die wir mit der Koffer. Wie gesagt! Wie gesagt, was falsch? Ist das einfach immer nehmt nicht, wie ich das schluss noch außerhalb des Besos. Das war's. Ich mag ja sein, das Glas, hier wird man das Glas. Äußerst heiß hier hin, oder? Sieh, es wird rot sein. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich schwung. Sieh, es wird rot sein. Sieh. 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 Das war's für heute. So. Es scheint bergauf zu gehen. Ich sollte mein Geschäft weiter ausbauen. So ist es schon. So. 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 Eine Insel, wo es ernst ist. Eine Insel, wo es ernst ist. Eine Insel, wo es ernst ist. Die Lieferungen sind ausgeblieben. Ich fürchte nicht. War der Aufstieg zum Prost auch nicht zu beschwerlich? Oh, was that? Die Leute suchen meinen Schutz. Ich weiß nicht, wie viel ich noch auflegen kann. Seid ihr an den Kostbarkeiten des Oriens? Sehr erfreulich. Die Angriffe der abendländischen Flotte mehren sich. Ich kann mein Volk nicht mehr... Dein Volk fliegt vor den Angriffen der blonden Heerführerinnen. Sie können sich nicht zur Wehr setzen. Die Angriffe der abendländischen Flotte sind sehr gut. Die Angriffe der Abendländischen Flotte sind sehr gut. Die Angriffe der Abendländischen Flotte sind sehr gut. Die Drogenflotte bin sehr gut. Die Angriffe der Abendländischen Flotte sind sehr gut, aber das ist gut. Bitte lasst uns bleiben, so steht's also um eure Nächstenliebe. So, 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 so you can see the next day. Ah, ich habe meinen Den. Diese Menschen sind nur knapp mit dem Leben davon gekommen, bei Allah, wir müssen dieses Unrecht stoppen. Zeit ist gekommen. Ich habe meinen Den. Ich habe meinen Den. Das war's für heute. Oh, ja, 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 ja. Eins ihrer Schiffe wird angegriffen. Der Feind greift eins ihrer Schiffe an. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Dafür werden wir eines Tages bezahlen. Ein Gegner hat ihr Schiff vernichtet. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Die Schiffe wird angegriffen. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 bei allah das wird uns nicht mehr hindern das Sieg nur, das Schatulat. Allah hat meine Gebete erhört. Nun werden die Vorkars Gräueltat hoffentlich bald aufdenken. Dieser Sieg wird euch nicht... Sehr erfreulich. Setzt euch! Ihr müsst völlig erschöpfen. Die Leute suchen meinen Schutz. Ich weiß nicht, wie viel ich noch aufregen kann. Seid ihr wohlbehalten? Und Allah segne euch. Ich kann dieses Beweisstück nicht selbst zu nichts sagen. Nicht so hasstlich. Oder wollten wir mal in die Redenposten lang zu schnüllen? Warte, seid ihr also zur Vernunft gekommen? Warte, auch schon zum Kloster. So ist's recht. Und vergesst nicht, die Flagge auch zu wissen. Vorhin war ich's da. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Mit diesem Schiff soll das Wort des Herrn in die Welt gebracht werden. Endlich! Die Zeit meiner Vergeltung ist gekommen. Diese Menschen sind nur knapp mit dem Leben davon gekommen. Bei Allah, wir müssen dieses Unrecht stoppen. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Mein Volk fliegt vor den Angriffen der blonden Heerführerin. Sie können sich nicht zur Wehr setzen. Die Leute suchen meinen Schutz. Ich weiß nicht, wie viel ich noch aufnehmen kann. Was tut ihr da? Habt ihr vergessen, dass wir das noch brauchen? Aber ich muss den Angriffen nicht aufnehmen, sondern ich kann mich nicht aufnehmen. Ich kann mich nicht aufnehmen. Ich kann mich nicht aufnehmen, ich darf nennen, Diese Menschen sind nur knapp mit dem Leben davon gekommen. Bei Allah, wir müssen dieses Unrecht stoppen. Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Auch auf hoher See, okay? Nur weil ihr die Weisheit vertragt? Rückzug! Ich halte vor Krass auf! Ich bin... Fugran! Ihr lasst Schiffe bauen? Habt ihr also doch noch vor euch Taten? Es ist vorbei. Land in Sicht! Ihr habt Miegerholz. Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Ein Schiff ihrer Flotte wurde von Feinden vernichtet. Allah, seid ihr Priester. Ihr kommt mit dem Angriff abnehmen. Das Neuigkeiten von den Zielen. Alles. Euer Schiff liegt tief in die Werftarbeit. Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Ein Schiff. Die Werftarbeiter sind bereits bei der Arbeit. Kommt wieder, wenn ihr noch mehr Kriegsschiffe benötigt. Ein Gegner hat ihr Schiff vernichtet. Euer Schiff liegt tief im Wasser. Bringt ihr mir weitere Kriegsmaschinen? Die Werftarbeiter sind bereits bei der Arbeit. Eines ihrer Schiffe wurde versenkt. Euer Schiff liegt tief im Wasser. Bringt die Werftarbeiter sind bereits bei der Arbeit. Kommt wieder, wenn ihr noch mehr Kriegsschiffe benötigt. Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Euer Schiff liegt tief im Wasser. Nein! Die Werftarbeiter sind bereits bei der Arbeit. Kommt wieder, wenn ihr noch mehr Kriegsschiffe benötigt. Vorsicht. Oh nein! Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Euer Schiff liegt tief im Wasser. Ich lege mich damit, dass dies ohne Fall ist. Die Werftarbeiter sind. Eines ihrer Schiffe wurde versenkt. Euer Schiff liegt tief im Wasser. Die Werftarbeiter sind bereits bei der Arbeit. Kommt wieder, wenn ihr noch mehr Kriegsschiffe benötigt. Mein Volk fliegt vor den Angriffen der blonden Heerführerinnen. Sie können sich nicht zur Wehr setzen. Dafür werdet ihr einst. Eine Brücke. Na. Ihr Schiff wird Ziel gegnerischen Feuers. Vorsicht, wir spielen. Reichen nicht. Eine Produktion kommt zum Verliegen. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Ihr Schiff wird Ziel gegnerischen Feuers. Oh nein! Ihr Schiff wird Ziel gegnerischen Feuers. Oh nein! Eines ihrer Schiffe wurde versenkt. Ihr Schiff wird Ziel gegnerischen Feuers. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Ihr Volk sehnt sich nach eigenem Besitz. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Eines ihrer Betriebe stellt keine Wagen mehr her. Eines ihrer Betriebe stellt keine Wagen mehr her. Ich werde es getrenen. Eines erwartet eine Wagen mehr. 어디 in die ? 200 mm. 1. 2. Die. Die. 13. 40. 30. 22. 22. 22. 22. Untertitelung des ZDF für funk, 2017